So, hallo. Willkommen zurück bei Unepic. Ich muss mal eben gucken. Doch, wir haben Legs. Es ist aber okay. Dafür ist es wenigstens synchron nachher. Oder können wir noch was an den Grafikeinstellungen drehen, Video, Vollbildmodus, Gamma, Fenstermodus. Respektiere das Zeitenverhältnis. Einstellungen. Tipps? Wir können hier nicht wirklich viel drehen, was irgendwie zu einer besseren Performance führen würde. Ja, egal. Wir haben beim letzten Mal den Schlüssel für die Kanalisation erhalten und da gehen wir jetzt auch mal hin. Und... Wow. Einfach mal 200 Schaden. Wenn wir schon mal so viel Schaden machen, dann sollten wir das auch nutzen. Au. Ja, das war die Strafe dafür. Ich weiß. So. Aber alles wieder gut. Volles Leben. Und dann aktivieren wir mal das Schloss hier unten. Und meine kleine Mietz-Baby-Katze sitzt auf meinem Schoß und wir gestreichelt werden. Ich kann jetzt nicht. So. Okay. Hier ist nichts mehr. Oh. Oh. Oh ja. Ich erinnere mich. Das war damals schon... Wagt euch. Äh. Mit welcher Taste gibt man nochmal den... Katzen? Mehrzahl. Ja, ihr habt richtig gehört. Was treibt ihr? Guck mal, wenn ich aufnehme, ist hier gleich so ein Terz. Äh. Ja, zur Not. Den Frosch kriegen wir auch wieder zurück in seinen Käfig, indem wir einfach auf sein Bild klicken, auf den 2. Falls ich den Hotkey jetzt irgendwie... Oder das ist sogar, glaube ich, der offizielle Hotkey. Gold. So. Ah, die war ein bisschen weit weg. Äh. Nix da. Oh, der hat mich doch getroffen. Äh. Scheiße. So. Yay. Warte mal. Moment. Okay. Das war die einzige hier im Raum. Aber wir haben ja da oben noch... Äh. Boah. Kann der hoch springen? Na. Willst du wohl... Ich weiß nicht, ob das mit den Lacks nicht vielleicht problematisch werden könnte ab einem bestimmten Punkt? So ein Spiel sollte eigentlich mit mehr als 15 FPS laufen. hm. So. Na komm. Hoch. Oh. Shocking Moments. Okay. Ja, natürlich. Vom Letzten lasse ich mich auch nochmal getrost treffen. Ja. Ja, nimm doch einfach... Ja, nimm dir einfach mein Geld. Ist klar. Äh. Ähm. Axt ist auf der 6. Okay. Dann wieder auf der 1. Und dann... Hebelchen. Nicht das Abklopfen der Wände vergessen. Klaut er mir einfach hier mein Geld. Ich fasse es ja nicht. Was haben wir denn hier? Oh, ne. Ich grüße dich erneut, junge Abenteurer. Ich hoffe, du findest die Antworten, die du suchst. Wie er grüßt mich erneut? Hey. Immer noch hier? Ich dachte, du wärst schon drüben. Ja, das dachte ich auch. Bevor ich gehe, wollte ich dir danken. Für das, was du für mich getan hast. Allerdings vermisse ich etwas nach meinem Totnamen. Ein Lakai Hanakons, ein Ring, der meiner Familie seit Generationen gehörte. Auch wenn dieser Raum leer erscheint, so fühle ich doch die Präsenz des Rings. Ich weiß, dass er hier ist. Er muss hier irgendwo verborgen sein. Wenn du ihn findest, hast du mir erneut sehr geholfen. Nun, ich werde sehen, was ich da tun kann. Allerdings kann ich nichts versprechen. Ja. Ich glaub, der Typ wird uns jetzt auch nicht zum letzten Mal begegnet sein. Katzen! Nix mau. Es reicht, wenn ich eine auf dem Schoß sitzen hab, die mit mir hier zockt. Ihr könnt nicht alle hier sitzen auf mir und mit mir zocken. Und jetzt entscheid du dich mal, ob du hier bleibst oder nicht. Gut, dann geh halt. Okay, hier ist tote Hose. Tote Hose. Hier ist eine Wand. Mit nix. Nee. Das ist zu eng für einen Geheimraum. Nee. Ich sollte vielleicht auch die Leiter treffen. Das wäre absolut hilfreich. Ich schau eben mal auf die Uhr. Und ja, ich hätte mir vorher einen Wecker stellen sollen. Das fällt mir sehr früh ein. Wir nehmen auf bis 20.30 Uhr. Nee. Moment. Speicher. So. Wecker ist gestellt. Äh, hier geht's auch runter. Mit nix. Nichts. Hier ist überall nichts. Nichts. Hier muss man manchmal aufpassen, dass die Leiter vielleicht sogar noch weiter runterführen. Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher. Nix. Ist auch bestimmt natürlich. Aber es ist nichts. Äh. Hier? Nee. Jetzt lass mich da hoch. Ha. Ich hab nen Ring. Wir suchen trotzdem noch den Rest hier hinten ab. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Da wir ja jetzt eh schon fast alles abgesucht haben. Was es geht. Und da ist einfach noch nicht mal nicht nichts. Es ist einfach gar nichts. So. Jetzt noch darüber zu dem Typ. Hier geht's glaub ich lang. Ne? Ja. So. Da. Dein Ring. Mein Ring. Es ist so lange her seit ich ihn... Äh. Wie gebe ich ihn dir zurück? Du bist ja wie ein Honogramm. Kannst du ihn halten? Es ist nicht notwendig, ihn mir zurückzugeben. Den Ring selbst will ich dir als meine Hilfe anbieten. Ich werde ihn verzaubern, um dir einen Teil meiner Lebensenergie zu geben. Toll. Danke. Ich trage ihn gerne. Übrigens, äh. Hast du dich... Hast du dich an... Ah. Deinen Namen erinnert? Ich kann mich noch immer nicht an meinen Namen erinnern, aber ich werde ihn suchen. Da ich im... Drüben einen Namen brauche. Okay. Dann viel Glück. Bis dann. Ich fange an, diesen Geist zu mögen. Bah. Er ist nur eine Erinnerung eines schwachen Langfingers, der es gewagt hatte, diese Festung zu betreten. Ja, wie auch immer. Gib mir den Ring. Inventar. Wir können ja bis zu acht Ringe tragen. Ups. I fail. Ausrüsten. Was macht er eigentlich? Maximal Gesundheit plus 18. Also, sehr praktisch. Sehr praktisch. Ist hier noch irgendwie geheim? Geheim Wurzelgang? Ne. Nicht da vielleicht? Hallo, kleine Katze? Ich hab... Ich hab Wurzel gesagt und sie hat Wusel verstanden. Wusel ist nämlich ihr Spitzname. Weil sie so klein ist und überall rumwuselt. Oh, der hält aber eine Erkrankung. Jejejeje. So süß, wenn Katzen beim Streicheln einem den Kopf entgegendrücken. Absolut sweet. So. Das sieht jetzt schon eher nach... Da hinten geht's raus. Zera, kann ich dir eine Frage stellen? Ach, du kannst. Aber erwarte keine Antwort von mir. Vorhin hast... Äh, hast... 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 Was? Was hast? Was hast du denn? Vorhin hast... Hast du mir erzählt... Aha. Gut, dass ich den Text beim ersten Mal spielen... Anspielen nicht gelesen habe. Äh, hast du mir erzählt, dass die Rheingeister unter der Kontrolle von Hanacon stehen? Aber ich denke nicht, dass das wahr ist. Tatsächlich hat er sie entführt. Entführt? Wie kommst du auf diesen... Dies... Wie kommst du zu dieser absurden Anschuldigung? Äh, du hast mir erzählt, dass die Rheingeister in den Boxen sind, um sie von der materiellen Welt zu isolieren und sie schon eine lange Zeit dort wären. Äh, das ist richtig. Also, was tun sie dort eingesperrt, wenn sie frei und glücklich in ihrer eigenen Welt sein könnten? Sein könnte. Wenn... Wenn sie frei in ihrer Welt sein könnte? Aha. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie das Gefängnis ihrer eigenen natürlichen Umgebung vorziehen. Ich denke, dass sie in Wahrheit gegen ihren Willen dort sind. Wie üblich macht dich deine Ignoranz blind gegen die Wahrheit. Es ist hunderte von Jahren her, seit die großen Götter ihren Krieg begannen. Viele Rheingeister wurden unter den Befehlen der rivalisierenden Götter getötet. Die überlebenden Rheingeister wurden in der irdischen Welt versteckt, weit weg aus der Reichweite der Götter. Verdammt, sie sind also wie Flüchtlinge? Ja. Einer der großen Götter erschuf die mächtigen, die magischen Boxen der Isolation, schloss die reinen Geister daran ein und versteckte sie in dieser Burg. In der Hoffnung, sie nach dem Krieg in ihre eigene Ebene zurückzuschicken. Wenn also einer der großen Götter herausfindet, dass sie hier sind, muss er nur die Burg und die Boxen zerstören und dann auch wiedersehen Geister. Richtig? Nicht unbedingt. Die großen Götter kontrollieren diese irdische Welt durch ihre Kreaturen, die in ihr leben. Sie können nicht direkt eingreifen, kommunizieren aber mit den Sterblichen, die den Befehlen im Tausch gegen Macht und Weisheit behorchen. So, die Götter verbringen ihre Zeit damit, Leuten zu befehlen, hierher zu kommen und die Boxen zu öffnen. Richtig? Ja, richtig. Und Hanacon, was tut er hier? Oh, wenn ich den lilaen Typ wäre, ich wäre schon voll ausgerastet. Sie hätte schon gesagt, jetzt halt deine Klappe. Stell nicht so viele dumme Fragen. Hanacon wurde von dem Gott auserwählt, der die reinen Geister versteckte, um diesen Ort vor Eindringlingen zu sichern. Wow, er muss wirklich sehr mächtig sein, um von einem Gott auserwählt zu werden. Übrigens, danke für die Antworten, die du mir nicht geben wolltest. Ach, du hast mich schon wieder überlistet. Der Typ hat echt Gesprächsbedarf, so freiwillig und viel, wie der schwätzt mit uns. Der ist halt sehr einsam hier unten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, ihr hört, wie ich energetisch ich auf meiner Tastatur rumschmettere. Beim Aufsammeln von Gegenständen. Ich weiß auch nicht, warum ich da so einen auf... ...ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta mach. Wir sind ja hier nicht bei Cookie-Clicker. Gott sei Dank nicht. Oh, Brubine. Äh. 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 Schlüssel, Decker, da kommt ein... ...du brauchst. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder an Meisterjoghurt denken. Stirb. Du auch. Die Achse ist echt geil. So. Bling. So. Wah. Wow. One-Hit. Ein One-Hit-Wonder. One-Hit-Point-Wonder. Naja, okay. One-Hit-Point hat er ja nicht, aber es war trotzdem One-Hit. Ach. Nee. 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 Äh. Falsch. Stopp. Äh. Wow. Ja, ist ja gut jetzt. Äh. Schmerzen. Ups. Ähm. Wie sieht's mit meiner Life aus? Ups. Nein, mein Frosch ist tot! Er hat mein Frosch getötet. Heee. Ha. Ha. Mein Frosch. Jetzt muss ich so viel Gold ausgeben, um meinen Frosch wieder zu... Was ist mit diesem Haufen Stein hier? Einige von ihnen sehen aus, als wären sie graviert worden. Okay, Zeit für eine Notiz. Steinchen. Damit wir Bescheid wissen, dass hier was ist, was interessant ist, aber ich nicht machen kann. Noch nicht. Weil, keine Ahnung. Wir haben zwei Stäbe des Frostes. Müssen wir gleich mal schauen. Ob wir vielleicht mal irgendwie Frost lernen wollen. Wir machen wie aspect, wenn wir fertig haben. Да. fortunBete. Zum Glück haben wir. Bilder Blast sólo Castille comes in zur kleinen TELEVELdad Engine ist, ein paar crispy Einn, oder predator zu schauen kann�� Dingen. Daße paso laufen. например,